Heute das Familien-Cabrio von Mercedes, der C200 mit 184 PS, bis zu 360 Liter Kofferraumvolumen und Platz für vier Personen, jetzt auch für euch bei der Europa-Serve. Der Stauraum für einen Wochenendtrip ist auch vorhanden. Ein aufgeräumtes Interieur, die gewohnte Mercedes-Qualität und wie sich das auf der Straße anfühlt, das schauen wir uns jetzt mal an. Untertitelung des ZDF, 2020